So wie es aussieht, haben unsere wehrten Gegendemonstranten uns zwei Reifen zerstochen. Anscheinend hat man nach der Demonstration die Fahrzeuge gesucht, die auf dem Demonstrationsplatz in Halle gestanden haben. Und unser Fahrzeug hat man wohl ausfindig gemacht und das führte dann dazu, dass wir zwei aufgestochene Reifen haben. Was ich einfach echt fies finde, ist, dass es kleine Stiche gewesen sind. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass wir das nicht merken und uns die Reifen auf der Autobahn bei 150 kmh um die Ohren fliegen, was ich einfach eine Sauerei finde. Dann sollten die Leute sich das überlegen, was sie da tun. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr über Paypal oder über unsere Kontonummer uns eine kleine Spende zukommen lässt, um ein paar neue Reifen zu kaufen. Denn da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, um nach Hause zu kommen. Also Leute, supportet uns. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.